Menschen, Meinungen, Mauldasche. Hit-Radio Antenne 1 präsentiert Baden-Württembergs Kult-Comedian Dodo K. Vereinssitzung vom SV 49 im Adler. So, Tagesordnungspunkt 4. Es ist der Vorschlag gekommen, dass unser Verein auch mal einen Werbeslogan hat. Und die Frage ist jetzt, was man da macht. Ja, das ist gut. Wir müssen neue Leute ansehen. Bei uns will nämlich keine Sau mehr Mitglied werden. Ach, warum jetzt das? Also, dass einer meint, dass der da dran liegt, dass ich den Mitgliedsbeitrag auf 100 Euro pro Monat aufgesetzt habe, damit ich mir meinen Wintergarten finanzieren kann. Also, so ist es. Ein neues Ding doch jetzt keiner. Also, ich finde ja, sein neues Slogan should be in the English, damit man auch mal mehr international Mitglieder zu uns herluckt. So, also, ich hätte Ihnen da gleich mal einen Slogan. Zahlen Sie jetzt endlich mal Ihren Dickel, sonst spätschst's. Hey, Sigrid, we're sitting all in the same boat here. Aber why do you say you to me? Ich bin's doch, der Ewald. Ah, ich hau dich erst gar nicht kind. Leid, also gut, dann brauchen wir jetzt halt ein internationales Slogan für den Verein. Und damit er auch leid anlockt, muss der lustig sein. Also, ich rede euch ein, soll dein Body sportlich sein, komm zum SV Forti nein. Der ist nicht lustig. Ja, aber ich finde den Simpli cleverli. Wenn man den bei einer gescheiten Werbekampagne einsetzt mit TV, Radio, Zeitungs- und Plakatwirkung, hat das lockt die Leute an. Na, dann kannst du auch gleich das Geld zum Fenster rausschmeißen. Ja, aber das ist doch die erlösende Lösung. Na, schmeißt man's Geld zum Fenster raus und lockt da damit neue Mitglieder an. Das ist ja auch viel einfacher als eine Werbekampagne. Das ist doch auch eine Füße. So, wir sind doch auch mal schön durch. Äh, ich glaub, da möchte unsere Wirtin ja bis dazu sagen. Also, wie bist du, ich da eine alte Bauerregel. Fällt dir nicht all ein rechter Slogan, dann nimmst halt Bewusstseinserwidernde Droge. Ja, das ist super. Nies von SV49 in der Hitradio Antenne 1 Morgenshow mit Nadja und dem Ostermann.